Spannend, spannend, spannend. So langsam, wir frisch hier nur im T-Shirt. So, dann hoffe ich, dass die Strecke freigegeben ist. Fünf Runden, Vollkontakt, Motorsport, Klasse 1 bis 60 PS. Und ab, gegen die 7. Tolle Reaktion von der 212. Reaktion, aber keine Traktion. Im Moment, Herr Wöppe, Entführung und die 290 geht bei an Timo Kalibe. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur Spaß war. Ah, ich denk mal, wenn man Timo Kalibe dahinter hat. Gut, 690 Führung, dann Benethöhn an zweiter Stelle mit einem 116. Benethöhn, der ist in der Runde, der ist in der Kräste. Das ist, das ist nochmal normal. Ah, hier ist Vatrarum, Musikkolle schleudert links, schleudert rechts. 116, also Benethöhn, hier ist in der Kälte. Führung. Timo Kalibe ärgert sich. Wolf, er hat keinen Kopf bevor sich. Kollege, du müsstest nur den Gas weglegen. Dann geht's. Und für die 768. Wenn Benjamin Kobo schreien, warum wir schmeißen. Da fliegt die 690, rote Flagge. Das müsste Benjamin Römberg von der Motorsportgemeinschaft Porter sein, der sich dort so schön abrollt. Und wenn er aus eigener Kraft wieder auf die Wider gekommen ist, dann kann er ja auch wieder mitfahren. Und wir machen Vorschlag, dann muss ich aber ganz, ganz in Land stehen.